Das ist eine Bürste, die benutzt man nach dem Striegeln, um den Dreck von dem Pferd zu lösen. Es ist ganz wichtig, dass man mit dem Strich bürstet. Diesen kann man für den Kopf nehmen, für die Beine und für den Körper. Die Beine und für den Körper. Die Beine und für den Körper. Vielen Dank.